Die jüngsten Nachrichten sind raus und zwar zu den Verbraucherpreisen. In Deutschland hatten wir schon ziemlich heftige Verbraucherpreise heute Morgen. Ihr seht das hier oben 7,3 aufs Jahr gerechnet. Das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer hier oder selbst harmonisiert ist es 7,6 heftige Zahlen. Aber mehr oder weniger so wie es erwartet worden war. Also von der Seite aus keine Überraschung. Noch wichtiger, zumindest mal für die Welt, nicht so sehr für Deutschland, aber für die Welt, ist das, was Amerika um 14.30 Uhr verkündet hat. Und das ist sogar leicht unter den Erwartungen, wenn man jetzt hier mal die Kernrate anguckt, zumindest mal aufs Jahr hin oder auf den Monatsvergleich gesehen, also etwas unter den Erwartungen. Also eher positiv, was wir von der Seite aus hören, denn die Inflation scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Politik dahinter, denn wir wissen, dass die EZB und die FED ganz unterschiedliche Strategien hier fährt. Markus Fugmann macht ja regelmäßig da intensiv drauf aufmerksam. Ich will deshalb direkt rüber gehen und mal mit euch den Chart angucken, nämlich das, was die Marktteilnehmer daraus machen. Wir hatten heute beim DAX ein Gap nach unten, ein ziemlich deutliches. Anschließend ist der Markt allerdings wieder nach oben gekommen. Und zwar in einer zumindest mal vorläufig eher dynamisch anmutenden Art und Weise. Also ein ganz klarer Schub, den wir hier nach oben haben, aktuell von den letzten Tiefpunkten, die wir hier haben. Das macht wiederum Mut. Möglicherweise ist der Kurs des DAX damit mit dem Eintauchen in diese Kiste tief genug gefallen. Wir können also diese alten Wendemarken, die wir hier vorne hatten, wegmachen. Auch diesen Einstieg hier, vielleicht kann man, so könnte man glauben, vielleicht hier schon reingehen und dann auf die Longseite sich eben schlagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Abwärtsseite ihrerseits, naja, wenn man will, eigentlich gerade mal nicht überschneidend ist. Für mich ist dieses mit dem Überschneiden insofern immer ein ganz wichtiges Argument, weil das würde klar machen, was die korrektive Richtung ist und was nicht. Im kurzfristigen, ihr seht das hier, ist korrektiv definitiv nicht das, was wir nach oben haben. Das ist ganz klar ein Impuls. Soweit, so schön. Beste Voraussetzung also, dass wenn der Markt als nächstes Mal ein Päuschen macht, wir anschließend eine realistische Chance haben, dass der Kurs nachher weiter nach oben geht. Also, dass wir das hier vielleicht danach mindestens nochmal bekommen, mit Chancen auf sogar noch mehr. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist genau dieses Preisniveau, bitte nicht genau nehmen, um Himmels Willen, weil wir ja noch gar nicht wissen, wo diese Korrektur hier ist. Es kann ja auch sein, dass es erst noch weiterklettert und dann erst die Korrektur kommt und dann müssen wir natürlich diese Länge nehmen. Das Prozedere ist allerdings recht einfach, wenn wir eine Korrektur bekommen, denkt immer dran, Fibonacci-mäßig, ähnlich wie wir es hier haben. Ich will es jetzt hier an der Stelle gar nicht nochmal genau aufzeichnen, denn ihr kennt das Ganze, wie wir das machen vom tiefsten zum höchsten und so weiter. Das sind dann so diese Lieblingszonen für den Rücksetzer und wenn er das macht, dann einfach den vorderen, den ersten Teil der Bewegung nach der Korrektur da hinten nochmal fortsetzen. Dafür sind die Chancen relativ gut. Also zumindest in diesem Moment hat man den Eindruck, hat der Bullenmarkt eigentlich sogar eine ganz gute Chance, dass er sich weiter nach oben entwickelt. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist erst der eine Teil, wenn wir eine Korrektur kriegen. Die ist mindestens genauso wichtig, denn es ist nie ganz auszuschließen, dass es einfach steil runter geht. Aber dann haben wir wieder die offene Frage, was machen wir gerade? Haben wir hier aber als nächstes eine ABC oder mehrfach wackelige Bewegung nach unten, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass wenn der Markt nach oben triggert, das ist ganz wichtig, also ich möchte auch den Triggern dann nach oben sehen, sprich dieses Zwischenhoch, dass man dann sagt, da kann man dann nochmal ein gutes Stück auf der Long-Seite mit dabei sein. Vergleichen wir das Ganze mal mit dem Dow Jones, dann sehen wir, dass der jetzt ebenfalls einen wunderschönen Schub nach oben gemacht hat. Also der unterstützt quasi das Bild vom DAX nahezu perfekt. Das ist also genau der gleiche Gedankengang. Auch hier könnt ihr jetzt gucken, wenn der nächste mal einen Rücksetzer macht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, das war die relativ starke Bewegung, die relativ wackelige und hier die Fortsetzung nochmal nach unten. Das wäre jetzt eventuell auf der anderen Seite, nur dass dieses Teilstück hier noch fehlt. Ob das kommt, weiß ich nicht, aber wenn das kommt, dann wissen wir, ist die Long-Seite sicherlich nicht schlecht. Manch einer wird sicherlich sagen, kann man nicht auch dieses Zwischenhoch hier nehmen? Ja, anders als der DAX, machen wir das Bild mal groß, anders als der DAX ist das Hoch, was wir hatten am 8. April nachmittags, ein durchaus möglicher Einstieg für die Long-Seite. Warum? Weil diese Abwärtsbewegung klar überschneidend ist. Wenn ich hier das mal so einzeichne, dann sehe ich, dass diese beiden Gegenbewegungen, diese und diese hier, klar überlappend sind. Und damit ist die Abwärtsbewegung korrektiv. Die Aufwärtsseite war relativ stark. Das heißt, wenn wir diesen Rhythmus durchstoßen, also sprich das letzte Zwischenhoch hier reißen, das wäre ein frühes Zeichen dafür, dass wir auf der Abwärtsseite fertig sind. Und manch einer nimmt vielleicht auch den Trendkanal. Ich bin da eher auf den horizontalen Linien. Aber dass wir mit der Abwärtsseite fertig sind und dass als nächstes die Aufwärtsseite in irgendeiner Form hier noch nach oben sich weiter fortsetzt. Die Chancen sehe ich als durchaus gut an, wenn er das durchstößt. Noch lieber mag ich es, wenn der Kurs, wie gesagt, auf den kleineren Ebenen dann diesen Rücksetzer macht. Das heißt, ich warte nicht, dass der Kurs diese Marke durchstößt, sondern ich warte darauf, dass der Kurs hier irgendwann mal dieses Wackelige macht, das durchstößt. Kommen wir vielleicht sogar noch günstiger rein und haben auch sicherlich engere Stopp-Marken für diese Handelsüberlegungen. Der S&P 500 ist, was die Dynamik angeht, nahezu identisch. Das sieht hervorragend aus. Also das müssen wir nicht anders argumentieren. Wir hatten ja schon gesagt, wenn er an diesem Unterstützungsniveau nicht Halt macht, wenn das nicht reicht, dann wäre die nächste Marke eben die nächste FIBO-Marke. Die clustert ebenfalls so ein bisschen, man sieht das hier so ein bisschen noch, die gelbe und die rote Marke hier. Das heißt, wenn der Markt hier eine Chance hat zu drehen, jawohl, hatte er offensichtlich, der Markt hat es genutzt, ist eben mal schnell umgedreht und hat die Longseite dann eben mitgenommen. Und das ist genau das Resultat hier, was wir hier haben an der Stelle. So, dann haben wir noch abschließend den Nasdaq, den müssen wir ebenfalls angucken. Der hatte auch eine Chance, hier bei 50 zu drehen. Siehst du, Rüdiger, klappt doch gar nicht. Deshalb ist ganz wichtig, dass ihr nachvollzieht, es ist nicht Pflicht, dass an so einer Marke, so von wegen, ich male einfach ein paar Marken hin, dann muss der Kurs drehen. Ja, das wäre einfach, aber es ist ein Indiz dafür, dort mal genau hinzugucken, ob der Kurs sowas macht. Theoretisch hat sich an diesem Bild nichts verändert, nur, dass wir hier ja kein Tief, wir hatten hier keinen irgendeinen Anstieg. Das heißt, eigentlich gilt die gleiche Idee nur von diesem Tief und wir müssen natürlich die Marken dann entsprechend vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt zeichnen. Und natürlich diese Kiste, die wird sich auch ein bisschen anpassen. Ich mache es nochmal eben, ein bisschen größer, manch einer kann es dann besser sehen. Und wenn der Kurs dann hier in der Mitte irgendwo angekommen ist, nicht notwendigerweise an einer Fibomarke, aber auch gerne, dann wird da entschieden, was das nächste wieder ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, die letzte Bewegung war ein Fünfweller runter, A, B, C in die Richtung würde entweder für die ganz Aktiven hier im Cluster, falls wir da eins haben. Also sprich zum Beispiel gleiche Länge ist gleiche Höhe wie die Fibomarke beispielsweise, die Extension, auch andere Symmetrien nochmal. Wenn das passend wäre, zum Beispiel, dass diese Länge auch dann dieser Länge entspricht, nur ein Beispiel, dann wäre das ein Thema an der Stelle zu drehen. Ich habe dazu im YouTube auch den einen oder anderen Videobeitrag, wie man auf diese Cluster kommt. Wir haben es häufig besprochen, deshalb will ich das jetzt hier nicht nochmal breittreten an der Stelle, aber schaut es euch gegebenenfalls an, wenn ihr das nicht mehr so genau auf dem Plan habt. Aber bis dahin bräuchten wir eine erste Anstiegsbewegung, die sehr stark ist und jetzt gucken wir uns mal an, wie ist denn die Aufwärtsbewegung? Und dann, wenn ich mir die angucke, ja, die ist doch relativ stark. Und auch hier gilt wieder, wackele ich runter und dieses Wackelige wäre im Prinzip dieses Mittelstück, was wir hier haben. Und anschließend dann nochmal die Fortsetzung hier nach oben. Ähnliche Länge das, ähnliche Länge hier. Und dann würden wir irgendwo hier landen. Und das ist dann irgendwo was, was wir hier haben. Vielleicht auch noch hier die Zwischenhochmenge. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, den Cluster auszubauen. Hier, also die Möglichkeit, an die Wendemarke zu gehen. Also, bitte seht das hier als ein perfektes Beispiel, dass der Markt sehr gerne an diesen Marken dreht, wie hier. Aber nicht notwendigerweise. Und bitte nicht davon ausgehen, oh, da liegt eine Marke, da kann ich schon mal zwingend long gehen. Das ist nicht smart. Wenn ihr an der Stelle long gehen wollt, dann guckt mal nach. Das ist ungefähr bei 120. Gucken wir nochmal schnell nach. 120, 120. Das war in etwa hier. Hat der Markt hier irgendwas mit Dynamik nach oben gekonnt? Nee. Im Gegenteil. Er ist weiter nach unten und ist immer wackelig nach oben. Vom dreiwellig nach oben beispielsweise. Nichts Dynamisches in dem Sinne nach oben. Also, ihr seht, die Bewegungen sind stärker so, dass es eher wackeliger ist. Stärker so, dass es dreiwellig oder wackeliger ist. Manchmal ist es zu klein. Ich will nicht sagen, dass ich das jedes Mal handele. Überhaupt nicht. Viele würde ich gar nicht mal sehen oder wahrnehmen. Aber solange wir das haben, brauchen wir über long nicht nachzudenken. Jetzt haben wir einen ersten Schub nach oben. Wann immer jetzt als nächstes, vielleicht geht es auch erst ein bisschen höher noch, aber dieses A, B, C oder wackelig in die Gegenrichtung kommt, hätten wir die beste Voraussetzung für nach oben. Die Marktteilnehmer also aktuell nach jüngstem Stand eher eingeschossen, jetzt mal ein bisschen nach oben zu gehen. Trotzdem müssen wir noch mal ein bisschen vorsichtig sein, denn was ich ja schon angedeutet habe, wir reden vorläufig erstmal einen Anstieg bis 14.600 hier von mir aus, plus minus. Das kann ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein. Aber noch nicht notwendigerweise, ey cool, jetzt kommen die neuen Altzeithochs. Es ist durchaus sehr realistisch, dass das, was wir jetzt hier aktuell bekommen, nur so ein Zwischenintermezzo ist und anschließend der Kurs sogar noch mal weiter nach unten geht. Das ist aber eine andere Story und soll ein andermal erzählt werden. Soweit das Update am heutigen Nachmittag. Euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.